Herzlich willkommen zu DotSource Research. Mein Name ist Beatrice Höppner, ich bin Digital-Marketing-Managerin bei der DotSource. Heute zeige ich dir, wie du durch eine gezielte Optimierung der On-Site-Search die Conversion-Rate in deinem Shop um bis zu 20% steigern kannst. E-Commerce-Leiter, Shop-Manager, Online-Marketer, all das sind Personen, die sich an der Conversion-Rate messen lassen müssen. Und wenn nicht ausreichend Besucher zu Käufern umgewandelt werden können, dann gibt es Druck aus der Chefetage. Doch was hat nun eigentlich On-Site-Search mit Conversion-Optimierung zu tun? Es beginnt damit, dass die Auswertung des Suchverhaltens extrem viele und wichtige Informationen über die Bedürfnisse der Nutzer liefert. Und wenn man genau diese Informationen in die Optimierung des Shops übertragen kann, dann steigt die Kundenzufriedenheit. Konkret kannst du mit den folgenden vier Punkten die On-Site-Search in deinem Shop optimieren. Punkt 1 ist die Fehlertoleranz. Eine fehlertolerante Suche ist dazu in der Lage, auch bei Tippfehlern der User das richtige Ergebnis auszuspucken. Das beginnt bei einfachen Tippfehlern wie Fußball mit Doppel-S zum Beispiel zu schreiben und geht hin bis zu sehr komplexen Marken- und Produktnamen. Punkt 2 ist die Vorschlagsfunktion, auch genannt Auto-Suggest. Wir alle kennen diese Funktion bereits von der Google-Suche. Sie bringt deinen Nutzer nicht nur schneller ans Ziel, sie senkt gleichzeitig auch die Fehlerquote. Punkt 3 ist die Produktdatenqualität. Es ist essentiell, dass die Produktdaten strukturiert und vor allen Dingen einheitlich gepflegt sind. Denn nur dann ist die Engine, die hinter der Suche liegt, dazu in der Lage, die Daten, die ihr vorliegen, mit der Suchanfrage des Nutzers zusammenzuführen. Punkt 4 sind Usability und Design der Suche. Usability bedeutet, dass die Suche für die User intuitiv nutzbar ist, beispielsweise wenn sie mobil auf den Shop zugreifen. Und Design heißt, dass die Suche dort platziert ist, wo sie die User auch erwarten und dass sie auch als solche erkennbar ist, beispielsweise durch ein Loop-In-Icon. Die Optimierung der On-Site-Search ist nur eine Möglichkeit, um die Conversion-Rate in deinem Shop zu steigern. Weitere Beispiele findest du in unserem kostenlosen White Paper, Conversion-Rate und Performance-Optimierung. Du kannst dir das White Paper hier herunterladen oder du kontaktierst mich oder einen meiner Kollegen. Für noch mehr Commerce-Know-How abonniere unseren Kanal und verpasse so keine Folge mehr von DotSource Research.